Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pumpkin Days. Einmal am Gigi noch und dann essen wir eine Pizza oder so. Ja, ist ein bisschen schade, dass es kein Update mehr geben soll, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird es ja trotzdem noch was. Das wäre schon cool, oder? Also, ich mag das Spiel zumindest und ich fände es jetzt nicht unbedingt traurig, wenn es noch mal ein bisschen was geben würde. Und morgen müssen wir wieder gießen. Das Gießen ist gerade irgendwie der größte Abpark. Das Problem ist halt, wir bräuchten halt irgendwie mal eine bessere Gießkanne. Aber dafür müssen wir in die Mine gehen und die Mine ist auch nicht so schön. Ich fange heute zwar die Fischern dauernd, aber ich fange keine... Das ist so ungefähr der Kackfisch, den man hier fangen kann. So, ah, was... Oh, dann Datze. Das ist traurig fühle ich. Ich erinnere mich an Friday, der 13., der hat auch viel gefixt werden müssen. Und es war Content in der Entwicklung, was nie kam. Ach man, das ist traurig. Also, es gibt schon... Uh, eine habe ich schon mal. Es gibt schon Spiele, da wo sie es machen. Da wo sie es wirklich nachpatchen und alles. Und da wo sie sich dann Mühe geben, dass aus dem Spiel doch noch was Vernünftiges wird. Sea Sims 4. Ähm, hat man ja auch einfach im Rotzustand eigentlich auf den Markt gehauen. Und hat gesagt, so, ja, wir haben jetzt zwar so ungefähr 100 Sachen rausgenommen, die es vorher gab. Aber kauft unser Spiel trotzdem. Das war auch ein bisschen traurig. So, dann müssen wir jetzt mal zum El Toho Furioso. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ah, ich glaube, das ist ein Haus. Okay, zu dem gehen wir mal nicht. Ähm, wen haben wir dann noch? Ähm... Ezekiel. Ach, der ist am Saufen. Die Stadt, äh, hier trinkt nämlich sehr gerne Alkohol. Und die sind nachts einfach alle in der Bar. Also manche sind halt auch einfach schon in der Bar. Wenn die Bar für mich noch geschlossen hat, dann hat die Bar für die schon offen. Wo ist er? Hä, der muss doch hier irgendwo sein. Der ist doch immer hier am Saufen. Hä, wo rennt denn der rum? Punkt der da irgendwo? Ich nehme die Verfolgung auf, Leute. Ich renne zwar grad scheinbar doch nach Haus, aber okay. Okay, er steht wohl vor mir. Was machst du da? Ja, zwei Maselaks. Mit Gold! Werden eine Mine gefunden oder so, hat er mal erzählt. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, das hat er noch nicht eingesammelt. Ach, Laternen-Livieren. Ach, die gibt's direkt neben der Stadt. Das ist interessant. Gut, dann haben wir jetzt dann noch diese komische Krabbe. Und dann muss ich noch die paar Blümchen dann finden. Die zwei Dinge habe ich schon durchsucht. Aber hier funktioniert es doch ansatzweise. Läuft flüssig, oder? Wieso haben die aufgehört? Sieht für mich nicht aus, als hätte Park viel gefehlt. Ich weiß es nicht genau. Ach, Taka braucht sogar nur einen. Ja, den suche ich dann morgen als nächstes. Also, meiner Meinung nach hat er auch nicht viel gefehlt. Aber man hat sich da wahrscheinlich überschätzt. Man wollte das und das noch raushauen und so. Und dann hat man sich da, glaube ich, so ein paar Ziele gesetzt, die man dann letztendlich nicht einhalten konnte. Tja, wie gesagt, das ist... Ich weiß nicht, ob die es vielleicht sogar vollendet haben. Das kann auch sein. Und ich nur immer dachte, das wäre die... Also, ich weiß, es ist nicht komplett fertig, weil da haben die extra nämlich so einen Beitrag auf Steam geschrieben. Deswegen weiß ich nicht, dass es überhaupt ist. Das tun wir mal weg, weil wir jetzt nicht so rumlaufen wollen wie Piera. Weintun wir mal weg. Und die brauchen wir dann auch mal weg. Okay, mir passt da nicht rein. Ähm... Oh, da geht auch nichts mehr rein. Die brauche ich noch. Den tue ich mal da rein. Ähm, hier... Was könnte ich da... Ach, den Honig, den brauche ich auch nicht mehr. Ähm... Die Maselax brauche ich dann noch. Die Krabben, die anderen Dinge verkaufe ich. Ich glaube, als Holz brauchen wir jetzt wirklich nichts behalten, würde ich fast sagen. Weil das ist schon unter unserem Niveau, würde ich fast sagen. Ist aus Holz zu behalten. Äh... Okay. Ach nein, jetzt ist ja alles fertig, oder was? Es ist endlich morgen früh. Ich brauche Energie. Okay, du kriegst von mir einen Gas. Dann schauen wir mal da oben rein. Ich habe euch Chino-Futter gekauft. Okay, Daisy pinnt wieder mal in Chino-Futter. So. Okay, das ernte ich dann morgen alles. Wie gesagt, das plant sich dann auch nicht nach, weil sich das für diese vier Tage was ist dann nicht gut. Ähm, Cooking Channel. Paselnusskappen. Schön. Was man nicht alles so lernt. Okay, eine Artikel-Bahnclub. Wird's morgen? Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Warum schaue ich überhaupt nach? Warum habe ich immer so leere Hoffnungen? Okay, ähm... Sieben Stunden sollten reichen. Ein chilliges Spiel. Als nächstes kommt aber Doom. Let's play. Kappa. Also mir gefällt das Spiel halt auch, was halt einfach übelst chillig ist. Oh, Kokos-Marmelade. Ich habe keine Kokosnuss. Ein weißes Kuschelhuhn. Na, wie wird das Wetter morgen? Will ich's überhaupt wissen. Das Wetter wird morgen enttäuschen wie immer. Ja. Okay, hier scheint nichts zu sein. Na, da kannst du dich nicht in Bäumen abhängen. Danke. So, dann ernten wir mal mit unserer Haust. Ding. Okay. Steckrüben. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal nichts an. Und im nächsten Monat brauchen wir dann wieder richtig viel ein. Und dann können wir trotzdem wieder Steckrüben von unserem Bestand ansehen. Aber ich weiß eben nicht, was nächstes Jahr alles so auf uns zukommt. Und nicht, dass wir dann richtig viel haben, was wir anpflanzen müssen. Dann wächst da unser Dauerzeug und das wäre kacke. Okay. Energie lässt ein bisschen zu Wünsche übermal wieder. Ähm, Maiskern weg. Das kann alles weg eigentlich. Ja. Habe ich ja alles. Habe ich alles aufgehoben. Okay, ich esse einfach... Nein, ich esse noch nicht. Ich gieß erst und dann muss ich bei den Kiesen aufschauen. Okay. Also ich will dich nicht beleidigen. Jeder hat ja so seine Geschmäcker. Aber hast du nie das Bedürfnis mal was zu zocken, wo etwas mehr passiert? Ich zocke ja auch mal Zelda. Und in Zelda passiert eine Menge. Und hier passiert auch eine Menge. Und zwar kommt im Jahr 3, wenn man das Museum nicht komplettiert, kommt eine Firma und reißt das ganze Dorf ab. Okay, ich bin scheinbar gut gelaunt. Ich finde es nicht gut, dass man hier von Fleisch scheinbar gut gelaunt ist. Ich bekomme jetzt meine Kühe wieder an und wollte auch meine Riese hier liegen. So. Wir spielen jetzt zum Beispiel jetzt... Wir machen am Samstag in 12 Stunden Stream. Und dann spielen wir eine Runde Zelda Twilight Princess. Und das ist ja ein übel spannendes Spiel mit übelster Story. Und richtig viel Action und ich werde verzweifeln. Und ja. Das wird super. So. Okay. Ich brauche ein bisschen Wasser. Ach, da hinten ist meine Paprika mal wieder reib. Schön. Gießt mein Graz und dann sieht man Paprika als Reib. Yay. Ähm. Noch ansonsten spielen wir schon manchmal so Action-Spiele. Zum Beispiel, ähm... Rise of Mana, Secret of Mana. Die sind zwar jetzt nicht so, dass irgendwie da heftig jemand stirbt und so, aber das brauche ich auch nicht. Ich bin zufrieden, wenn alles schön ist eigentlich. So. Wen muss ich jetzt alles besuchen? Okay. Wir brauchen einmal El Toro Furioso und einmal zu Takara. Oh. Wieder ein gescheiteres Gericht. Hat der Bürgermeister wieder versucht. Okay. Sojabohnen habe ich. Kaffeebohnen habe ich. Estragon habe ich auch. Hünai habe ich auch. Achillai habe ich nicht. Tumalin habe ich auch nicht. Glaub ich. Ich weiß nicht, ob es Tumalin ist. Ähm. So. Was gibt es denn in der Post? Geld. Ich habe auch so viel Geld irgendwie inzwischen. Ich weiß nicht, wohin damit. Also am liebsten würde ich mir einen Angestellten oder so holen. Aber ich glaube, das gäbe nicht. Aber ich glaube, das wollten... Es ist so... Aufgrund der Grüße. Denn nicht braucht man halt irgendjemanden, wo einen Garten hilft. Ein Energy Drink. Da hat jemand die Firma unterstützt. Sehe ich schon wieder. Böse Firma, die unser schönes Grundstück hier blätten will. Und deswegen hier die ganze Stadt richtig im Aufruhr ist und nicht arbeitet. Schockstarre. Brauchst du etwas? Es ist Abigail natürlich. Ähm. Buy and sell. Okay, du hast auch nichts, was du wollte. Okay. Vergiss mal nicht. Habe ich nicht. Ähm. El Toro. Furioso ist da unten. Okay, jetzt schauen wir mal, ob der jetzt irgendwie... diese Poliermaschine hat, die ich hier haben will. Ähm. Sägemüle. Ölpresse. Nein, 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 nein. Warum habt ihr das nicht? Oh. Oh. Was hat mein Bot schon wieder? Ähm. Okay, du musst noch mit deinem Hund rausgehen. Kein Problem, er mag das Wort Hund nicht. Weiß ich nicht. Hat mein Bot irgendwas gegen das Hund? Äh, Wort Hund. Und ich weiß nicht wieso. Okay, ein oragener Schminktisch. Okay. Hm. Ähm. Ich habe jetzt einen oragener Schminktisch. Den würde ich dir gerne irgendwo aufstellen. Schön. Ähm. Das tue ich mal nach unten. Das müssen wir ausliefern. Bitte kackt nicht wieder meinen Garten. Das wäre echt schön. Ähm. Rote Bete. Nein. Ich hab Schuhe. Ich bräuchte dann aber noch ein paar Sachen daraus. Ähm. Ich möchte eigentlich gerade nur meinen Schuh und das Essen. So. Okay. Der Schuh ist nicht da. Mhm. Da ist aber der Schuh. Wir haben ja hier jeden Müll, der mir unter die Finger kommt. Okay, Kaffeebohnen und Sojabohnen. Ist jetzt echt da hingekackt. Äh. Soja. 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 Ähm. Ähm. Es sind schon auch nicht hier drin. Und das da ist ja nichts, was ich brauche von dem Zeug. Nee, das sind keine Fickes mal nicht. Ich weiß ja nicht, wie Fickes mal nicht aussehen, aber ich bin mir sicher, wir werden welche finden. Die Minuspunkte geben wir uns nicht. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, wo liegt da das ganze Zeug schon wieder? Ich muss das alles mal entweder in so eine große Tue tun, dass ich das alles auf einen normalen rausnehmen muss. Oder ich muss das alles mal sortieren. Ähm... Nee. Was hast du eigentlich? Paunewolle. Ich weiß nicht, bevor ich ein wenig Paunewolle gekriegt habe. Ähm... Acanthus. Hatten wir das nicht abgebraucht? Acanthus, wir müssen es noch mit. Ähm, Thymian, Basilikum, Minze, Himbeeren, Gerste, nein. Was war das jetzt als Kaffeebohnen, brauche ich noch? Irgendwo habe ich doch Kaffeebohnen, das kann mir doch keiner erzählen, dass ich keine Kaffeebohnen da habe. Da sind keine, das kann ich nur hochheben. Habe ich das drinnen? Ähm, Kaffeebohnen. Das sind nochmal Sojabohnen. Ähm, dass da vielleicht noch zwei verschiedene Dingern drin sind? Ähm... Nee. Also die Kaffeebohnen müssen hier eigentlich drin sein. Ja, hier Kaffeebohnen. So, Sojabohnen, Kaffeebohnen habe ich. Christian Thieme habe ich nicht, Estragon brauche ich noch. Aber einen Estragon hatte ich auch, weil ich das letztes Mal irgendjemanden gebracht habe. Also irgend so ein Blattzeug. Habe ich das aufgebaut? Habe ich dem alles gebracht, was ich da hatte? Oregano. Curry, Zitronen, K... Meine schöne Kuh, bitte schweiß mich hier nicht mehr in eine Einrichtung vor, das wäre echt cool. Thymian. Basilikum. Greenbären. Nee. Ich habe kein Estragon, ja. Okay, dann liefere ich mal das aus, was ich derzeit habe. Ähm, J. Okay, gehen wir jetzt erstmal zu... Takio, weil der einfach hier vorne gleich wohnt. Oder halt arbeitet. Auch richtig automatisch, mag keine Vierbeiner, das Problem hatte ich gestern auch schon echt. Ähm, ja, weiß schon. Hunde sind nicht so freundlich schon mal, keine Ahnung. Estragon habe ich nicht, ich... So, ja, Bohnen, gehen wir hier mal zu der. So, ja. Ähm... So... So, ja, Bohnen... christian team dann hier ich bin ja hier aber man kriegt ja noch diese keine ahnung tonen jobs hier christian team ich brauche noch ein ei okay dann würde ich aber sagen wir machen diese stelle einen cut und dann sehen wir uns das nächste mal wieder wenn es dann weiter geht bei pumpkin days bis dahin bei